was ist es ist die andere Zwecke Unterstützung der Ingesen Außenposten das ist doch mit Luftgabend so einigen mit Sula und das ist ein Windscreen okay ja aber hast du die Romanz angenommen ja dann lass es durch den Windstream bis zum Ende bis zum Ende und noch viel weiter da auch bis zu der Öffentlichkeit und noch viel weiter so hier kann man ja die Kamera nicht drehen das ist so nervig dann sie bing der epische Looping die Achtung ab geht da ja wohl und runter wieder und die diese Windstreams das war schon richtig cool damals und abkommen aber auch ja das ist die Quest die wir gerade durchgemacht haben mit dem Mieter bei 0 aber das soll ich das hätten wir vorhin aber auch machen können da hab ich jetzt nicht dran gedacht in Europa okay also noch mal fliegen wir zeigen soll ich gern nochmal Ja. Muss man ja wohl. Ähm. Ja, wir wollen ja zu Talok. Vielleicht haben sie die Quest inzwischen auch abgekürzt. Oh ne. Wer weiß. Mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und das wird den ganzen... Alter, gehst du aus mir raus? Niemals. Hahaha. Du Schwein. Weg. Weg. Turbo. Hahaha. Bist du grad überholt? Ja. Ich wollte... ...elegant richtig rein gleiten. So. Ach ja, bitte jetzt halt... Wart in 12 Sekunden. Ja, ja. Leute, immer hier aufpassen. Hier aufpassen. Nicht gleich weiterspringen. Weiß ich ja schon abgeschmiert bin. Jaja. So oft ich hier auch abgeschmiert bin, ey. So, aber hier... Zack. Kurz... ...abgebremst. Denn die Kampagne befindet sich hier. So, äh... Quests hier mal annehmen. Das ist nämlich alles für Talok. Und zum größteils. Ne, ne alles. Ja. Und das hier ist Talokswalz. Pfff. Ah ne, so. Ah ne, das ist alles unten irgendwo. Naja. Oh, kann man ruhig mal machen. Irgendwann mal. Irgendwann mal. Irgendwann mal. Irgendwann mal. Der Bruder von Lothar... ...Matheos. Lotas. Das ist der Zwillingsbruder. Der sieht auch genauso aus. Oh Gott, mein Wahre. Ich glaub der ist schöner. Ja. Na wo? Auf jeden. Hier. Guck. Das ist der Zwillingsbruder von Lotas, Matheos. Talok. Der Damino. Oh, Alter. Oh je. Gut, Damino war in... Lass mich raten, Elton. Wo ist denn jetzt die Kampagne? War das Elton? Nein. Das war in... Ach, Poeta. Ach ja. Hast du ne Wetteron-Rolle? Nein. Soll ich dir alle Rollen mal geben? Ja. Warte. Wieso Welten nenne ich? Hahahaha. Naja, ist egal. Jetzt geb ich dir das, das, das. Na. Dann mach's so. Also beim Handeln rein. Wir sind ja im Ding. Wir können ja nicht handeln. Wir vergessen euch jedes Mal. Ja, der G über Sankt Thomas der Pech. Treffen wir uns im Poeta. Da. Verdammt, das hab ich jetzt aber auch wieder. Schon wieder vergessen, dass wir nicht handeln können, ey. Ich vergesse das immer wieder. Wie gesagt, ich bin eigentlich der Meinung, dass man das, ähm, huch. Na toll. Hätte ruhig machen können für, ähm, Legions, beziehungsweise eigene, ähm, Server-Mitglieder. Ne. Ja, auf jeden Fall. Also ne, unter, eigenen Leute, unter den eigenen Server, dass man da wenigstens handeln kann, auf den Server. Das wäre schon mal nice. So, Flugtransport, ich bin, nein, wir müssen laufen. Ich warte hier. Kann ich hier gar nicht, wenn du willst. Ich muss das mal noch. Eltern... Von Wetter und kam ich ohnehin, ne? Von Wetter und ja. Mal gut, dass hier nicht wirklich viel los ist. Wisse? Nö, hier ist nichts. Kannst du mich leveln? Ja, klar. Am Arsch. Am Arschlevel? Ding. Was grummelt denn hier so? Willkommen in Poeta. Wir laufen jetzt alle möglichen Bäume ab. Das heißt, danach geht's nach... Mörder. Was? Mörder! Ne, man. Ah. Alte Drecksau. Eine Wassermelone besteht aus 25% aus Wasser. Ja, aber nicht aus Kulsäure. Du, wie ich schlucke? Ja, du, du gierst das Zeug runter. Aber... Es ist alle. Nein. Menteller zumindest. Wir werden verschont. Wir werden verschont. Daminu! Rokisa. Daminu, ja. Da Dam... Die Damkuh. Ah, Lodas. Hast du eine Rolle nach Elton? Ja, nach Elton hat... War doch Elton, ne? Ja. Elton Wüste. Wenn man in Elton ankommt, ein Tipp am Rande. Nicht die Flügel aufmachen, wenn man von der Brüstung runter springt. Wenn man dann zu hastig ist und dann über die nächste Brüstung springt, hat man auch keine Flugzeit. Sprich, auch die Flügel nicht... Mir auch schon aufgenommen. Das ist mir auch aufgenommen passiert. Nicht die Flügel aufmachen, wenn man in Elton ankommt. Einfach mit der Spannung. Ah, freckes Teil an meinen eigenen Sapper. Es ist von der Höhe her... Ähm... Oh, verdammter Aufwind. Sowas sollte man immer bedenken. Bam! Oh, kein One-Hit. Kein Hit. One-Hit. Oh ja, war ein Dot. So, Manduri-Wald. Das war ein Bon-Hit. Ja. Ja. Für One-Hits müsste ich die hier casten. Die Harmonie der Kälte und der Seele. Und Kampfes voll ausfahren und Dings auch. Die beiden hier vorne sind Kleine. Warte mal, ich probier's mal. Der hier müsste One-Hit auch machen. Nö. Der tickt. Der tickt. Das ist ein Tick One-Hit. Der hier müsste, warte mal. Nicht den Dings. Nicht die Kragenexe, bitte. Danke. Der dürfte vielleicht... Ne, 690 mit Crit vielleicht. Oh. 1900er war das. Naja, war unkrit. Unkritisch. Aber kritisch hätte er ihn weggemacht. Ja, kritisch hätte er ihn weggemacht. Mal gucken wir nochmal den. Gräßlich. Ich probier's nochmal hier. One-Hit-Horn. Nicht den Gräßlich. Das ist meiner. Der müsste jetzt platzen. Platz. Platz. Och, verdammt. Meiner ist geplaced. Guck mal, der Fiesling. Didi, didi. Loda ist der Vertrockneter. Er ist auch geplaced. Dann müssen wir... Ach, warte. Wir müssen ja auch noch Reshanta zwischendurch, glaub ich, ne? Aber jetzt erst mal... Oballus Oase, Heiron, ja. Hast du Rollen für Heiron? Nein. Ich warte wieder in Heiron auf dich. Ich glaube, danach müssen wir noch in, äh... Reshanta zum Baum. Reshanta gibt's nen Baum? Ja. Reshanta gibt's nen Baum. Ist ne Baum? Nee. Ach, da hinten. Nee, da hinten muss man. Schwese nicht. Ob für Talog das wichtig war, da ist auch ein Baum. Oben einer, äh, Schwefelbaum. Ähm, Flugtransport. Ich häng dir direkt am Po. So. Schwese, wo du mir bist. Das war hier, wo die... die Gefangenen retten mussten. Oh, ich höre, wo mich mal, ne? Ja, in der Richtung, das war hier... Nein. Ähm... Ähm... Die Insel der Schande... Insel der Schande müsste da stehen. West-Scherbirne, Insel der Schande. Oder Sch... Insel der Schei... Schande steht da, kann man schlecht lesen. Ähm... Weil hier nur zu leveln, weil hier eh keine gegnerische Fraktion existiert. Äh, und du kannst da noch nicht mal auf den Anfänger-Server gehen? Richtig, auch das kommt noch dazu. Wir können gar nicht auf den Anfänger-Server auf den Reschanta. Aber man kann halt nicht sehen, wer aktuell welche Fraktion da hält, weil wir ja nicht auf unseren regulären Home-Servern sind. Oh, wenn wir schon mal hier sind, hä? Hä, hä? Wenn wir schon mal hier sind, was? Warte mal, welcher warum anders? Das der da. Wenn wir hier sind, was wisst ihr hier? Aber was sind die Kleider neben? Dings, ne. Kein Chromeder. Mit Lotos reden, wir müssen wieder nach Ignaz. Wir können reden, äh, ne, wir haben fünf Minuten noch, aber wir nehmen jetzt Rückkehr. Äh, was? Rückkehr ist noch nicht ready, wir nehmen jetzt Rückzug. Oh, wo ist denn der? Fertigkeiten-Aktion, dort ist Rückzug. Hä? Ach, ja. Ab! Ja. Wir können diesen Skill dann eine Stunde lang nicht nutzen. Aber wartet bitte 30 Sekunden, bis das durchgepufflicht ist. Richtig. Der Bedarf etwas länger. Aber einiges länger. Das ist anstrengend, dieser Rückzug. So, weil wir die fünf Minuten halt nicht warten wollten. Wir müssen nach hinten. Jetzt ist eine gute Idee dran. Ja. Nach hinten. Flug. Flug. Flugtransport. Äh, Quatsch. Trap! Wie der Windstream, wo ich die Kamera nicht drehen kann. Das ist so elendig. Jetzt vor mir? Ja. Also zumindest... Zumindest bin ich bei mir jetzt vor dir. Das passte mit der Musik gerade. Nein! Ah, ich bin gleich auf, gleich auf. Wir sind gleich auf, bei mir zumindest. Juh! Ah, ich bin vor dir. Ich bin vor dir. Du holst auf. Wie holst du auf? Baba! So. Wieder warten, Leute. Nicht gleich weiterspringen. Jetzt. Gleich durchgeleiten. Still und heimlich. Mit leisen Schwingen. Hm. Gleiten wir hier runter. Ah, ist das schön. Ja, ne? Ein Wasserfall. Echt ohne Scheiß. Kein MMO, was sowas hat. Dieses Fliegen, ey. Ich hab ein Rift, hab ich's vermisst. Ah, 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 ah. Es gibt noch... Ja. Ah, Perfect World, oder wie der Ding her ist. Ja, stimmt. Da kannst du auch fliegen. Aber... Das Spiel ist glaube ich sogar davon abgeleitet worden. Das weiß ich nicht. Ja, das war so. Und hier werden wir wieder...